Sind Sie Absolvent oder interessieren Sie sich für fünf Sprachen? Haben Sie sich entschieden, anders zu sein und die Weichen für Ihre Karriere richtig zu stellen? Deutlich gilt es zu Tage als fünf Sprachen, mit der Sie sich fast in vielen Ländern und Unternehmen verständlich machen können. Sie können einfach in den Arbeitsmarkt eintreten oder Ihr Studium abschließen. Mit Sahar Badri können Sie Deutsch einfach lernen, wie bietet euch die grundlegende deutsche Sprache, die Grammatik. Ebenso lernen Sie die deutsche Sprache und die wichtigsten Persönlichkeiten in deutschsprachigen Ländern, wie Goethe, Goethe Prüfungen, die alltäglichen Gespräche und wie spricht man Deutsch gut aus. Nur mit Sahar Badri. Sie hat Germanistik an der Gäste wissenschaftlichen Studien studiert, dann ist sie nach Deutschland gefahren. Danach hat die Studiaturstudien in Sprachen und Übersetzungen des Fakultiers abgeschlossen. Zurzeit macht sie ihre Magisterarbeit in Friedrichsburg, Berge. Sie können einfach unseren Kanal zu Hause im YouTube Deutsch mit Sahar Badri besuchen und unsere Facebook-Seite Deutsch mit Sahar Badri. Beginnen Sie Ihren Weg und lernen Sie Deutsch mit Sahar Badri. Vielen Dank.